Sie glauben, dich zu kennen. Sie sagen dir, was du kannst und was nicht. Sie halten dich für einen Träumer, einen Spinner, einen Freak. Und vielleicht haben sie damit sogar recht. Aber mal ehrlich, wer hat sie überhaupt gefragt? Es ist dein Leben und dein Weg. Also frag dich nicht, ob du bereit bist. Frag dich nicht, ob du sollst. Und frag dich schon gar nicht, ob du kannst. Frag dich lieber, why not?